und willkommen zurück ja wir nicht ich nebenbei noch was abräumt verdammt einmal angeln noch so war es das vielleicht am ende noch einmal er das ist eine Auseinanderung ein bisschen ok da kommt einer verdammte Scheiße gibt's doch nicht doch bei Rollo kenn ich meinen Rollo also nicht damit wo man fährt sondern dieses geschäft da ja da gibt's eine coole werbung gibt's doch gar nicht doch bei Rollo 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 ja was soll ich jetzt groß noch machen ich muss Diamanten auf jeden fall finden irgendwie haben Nether oder Diamanten ich kann natürlich auch das Endportal finden aber so ja ne das ist ein bisschen schwer doch irgendwo Enderperlen das ist die Enderperlen sind wir richtig warte gab doch irgendwo ne ähm ein bisschen sammeln Enderperlen Lohnrote Magma Creme Gas Träne ich hab noch keinen einzelnen Magma Schleim Magma Würfel gefunden ja so ja ja so oder so ich hab noch ein bisschen Spitzacke ich brauch noch eine Chance nein eine Spitzacke eine Eisenspitzacke währenddessen kann ich noch ein bisschen ich brauch jetzt richtig viel Kohle seit langem wieder ja Level jo flink zwei Eisen auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall wieder zurück so und Kürbis Kopf Gesicht dann der Fisch und da rein da rein da kann ich mitnehmen ja und das war es auch mit dem Kisten sortieren ja 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 oh der PC brummt warum brummst du aus für unser PC also das was wird grad nacht egal ich gehe grad in eine Höhle 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 Diamanten wird es dann oder was keine Ahnung kommt schon Diamanten 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 kommt schon Diamanten ah mein Kopfhörer so so z o j 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 oh die j j j j j i wunderschönes, 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 wunderschönes Eisen, ja, Eisen. Ach komm schon, ich will nur Diamanten. Alter, schon wieder Eisen. Ich glaube wirklich, ich habe das Spawn von Diamanterts ausgestellt. Ich habe nur am Anfang zwei, drei Diamanten gefunden. Ich habe noch gar keine so normal gefunden. Das Barg hat ja, da steht ja in der quasi Challenge, finde Diamanten und nicht baue Diamanten ab. Oder finde Diamanterts und baue es ab. Und es hätte gefährlich ausgehen können, wenn die Lava wäre. Das ist doch... Also, hätte ich... Das ist jetzt lustig. Ja, war ich vorhin schon. Also letzte Folge, ich habe das schon wieder... Ja, ist ein guter Hund. Ist der von dem Mann. Äh, in der dritte Folge, in Folge aufgenommen. Hahaha. Und... Irgendwie... Ich habe Lust aufzunehmen. Ich brauche gar nicht so viel aufzunehmen. Aber ich habe Lust. Naja, Lust. Ich habe auch Lust, einen lustigen Fisch, äh, Klauenfisch zu fangen. Aber nein. Manchmal sagt das schicksal so. Fick nicht. Ich... Gib dir kein Fisch, oder doch, du Fischgesicht. Ach, maaann. Ne, so. Ich habe nur zwei Stück abgebaut. Da kommen fünf und sechs raus. Alter. Fünf... Fünf Lava-Flatsis haben wir ernst. Das ist eigentlich auch... Lava-Flatsis, glaube ich, sogar seltener als Diamanten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber... Oh, die letzte. Aber ich denke mal. Ich habe Skelete gehört. Hier muss eine Höhle sein. Naja. Ich muss irgendwo eine Höhle sein. Ich spüre es. Ich höre sie. Es war cool, dass man Höhlen hören kann. Höhlen hören. Ja, Höhle. Höhle. Höhle, 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 Höhle. Ich wegs mich in die Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Oh, wow. Das gibt es doch nicht. Ein Minensystem. Ich kann die Überlegung machen. siehst du wo es noch erleben darf scheiße aber die fliedermaus hat es erwischt das ist jetzt nur dass die anderen kreaturen das quasi nicht hören oder vielleicht tun die es doch man weiß es nicht ja 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 Oh, scheiße, 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 scheiße. Wieso? Ja, ist gut. Hat man nicht gesehen, nein. Na, zwölf Minuten, verdammt, ich muss das Gold mitnehmen. Ach, das war Eisen noch. Ich dachte, das wäre Gold. Wenn ich uns in Lava fallen würde, ey. Das ist ja lustig. Ich brauche, hier fahre genug Holz um hier. Da ist Gold. Komm mal mit. Nein, komm mal nicht. Ich will es nicht riskieren. Okay. Ich muss die Folge auch gleich beenden. Nachdem ich die Koli abgebaut habe. Wir haben ein Minensystem gefunden auf Ebene 22, gut. Ein bisschen tiefer ist auch noch was gewesen, habe ich gesehen. Dann denke ich mal, dass ich da auch ein paar Diamanten finden werde. Ach, Alter. Es kann auch sein, dass ich hier ein paar Melonsamen finde. Das ist natürlich spitzelmäßig. Jo. Ich habe da gar keine Schienen gesehen. Da am Anfang. Ich weiß es nicht. Soll ich hier nachher noch eine Folge aufnehmen? Hm. Ist das wirklich Eisenherz? Oder lügt das Texture Pack mich an? Habe ich gerade einen Stein abgebaut? Fragen über Fragen. Und das alles zieht ihr in der nächsten Folge. Oh, da ist ja gar nichts. Ja, in der nächsten Folge. Tschüss.